Herzlich willkommen im virtuellen Raum der Berthold-Brecht-Schule. Mein Name ist Klaus Petry, ich unterrichte Mathematik, Philosophie und Ethik und ich freue mich, Sie durch diesen Vortrag führen zu dürfen. In diesem Video werde ich versuchen, eine Entscheidungshilfe zu geben, für wen sich die Berthold-Brecht-Schule eignet, was die Berthold-Brecht-Schule eigentlich ist und was wir als weiterführende Schule leisten können und vielleicht auch, was wir nicht leisten können. Ich werde nicht versuchen, eine Werbeveranstaltung für die Berthold-Brecht-Schule zu machen, sondern ich möchte meine eigene Schule darstellen, so wie ich sie selber sehe und vorurteilsfrei darlegen, für wen sich diese Schule eignet. Normalerweise würde ich jetzt in einem unserer eigenen Räume vor euch stehen, wahrscheinlich im sogenannten neuen Foyer und vor einer größeren Menschenmenge erzählen, was ich zu erzählen habe. Ich stehe gerne vor Menschen und ich denke, Schule ergibt sich immer auch aus der Interaktion von Menschen. Schule ist ohne die Vielzahl von Menschen, die Schule ausmachen, gar nicht denkbar. Und wenn wir als Menschen anfangen, miteinander zu interagieren, ergeben sich diese speziellen Gefüge, die Unterricht ausmachen und die kann ich natürlich in einem Video schwerlich darstellen. Trotzdem möchte ich versuchen, euch einen Teil von dem zu beschreiben, was für mich die Brecht-Schule ausmacht, denn ich wäre kein Brecht-Lehrer, wenn ich vor den schwierigen Fällen zurückschrecken würde. Unsere Homepage habt ihr wahrscheinlich schon gefunden und es lohnt sich, sich dort weiter umzusehen. Ich könnte jetzt natürlich versuchen, euch Video-Ausschnitte aus meinem Unterricht zu zeigen, aber ich glaube, ohne die Reaktion der Schülerinnen und Schüler und ohne das, was wir dann später zu den Videos besprechen, kriegt ihr da keinen Eindruck von dem Unterricht. Und das, was die Schüler dazu machen, möchte ich schon aus Datenschutzgründen hier nicht zeigen. Das ist ungefähr so, als würde ich euch ein Tafelbild zeigen oder ein Stapel mit Büchern, ohne euch zu zeigen, wie wir Schülerinnen und Schüler anleiten, damit umzugehen oder wie wir gemeinsam das Tafelbild entwickeln, wie wir miteinander reden. Was aber kann ich euch erzählen? Kommen wir zu den harten Fakten. Die Brecht-Schule hat ungefähr 650 Schülerinnen und Schüler, aufgeteilt in drei Jahrgänge und diese drei Jahrgänge unterteilen sich in sechs Halbjahren. Ihr würdet nach den Sommerferien in der E1, der Einführungsphase, beginnen. Dieses erste Halbjahr teilen wir in der Regel auf in zehn Klassen. Diese Klassen nennen wir Tutorengruppen. Wir haben normalerweise rund 250 Schülerinnen und Schüler in der E1 von über 20 verschiedenen Schulen. Ein wesentlicher Teil unserer Schülerschaft rekrutiert sich aus Schulen ohne eigene Oberstufe. Ihr habt hier eine Liste von Verbundsschulen, aber auch Schulen wie die Justin-Wagner-Schule oder die Hessenwald-Schule liefern uns jedes Jahr viele Schüler und wir freuen uns, die Schülerinnen und Schüler dieser Schule aufzunehmen. Auch freie Schulen wie die Comenius-Schule und die Montessori-Schule bereichern unsere vielfältige Mischung an Schülerinnen und Schülern. Wichtig ist dabei nicht, jede Schule aufzuzählen, von der wir mal einen Schüler oder eine Schülerin hatten. Das würde auch den Rahmen sprengen und tatsächlich variiert auch die Anzahl der Schüler, die wir von einer bestimmten Schule bekommen, je nach Jahrgang. Wichtig ist aber eines. Ihr beginnt an der Berthold-Brecht-Schule in der Einführungsphase in der E1 und da unterrichten wir euch im Klassenverband. Wir bilden Tutorgruppen von 25 Schülerinnen und Schülern, ungefähr, und denen ist jeweils eine Tutorin ein Tutor zugeordnet, so ähnlich wie eure jetzige Klassenlehrerin. Und in diesem Klassenverband werdet ihr, und das ist unser Ziel, innerhalb der nächsten drei Jahre zu Brecht-Schülerinnen und Schüler. Wir sind ein reines Oberstufen-Gymnasium. Alle, die bei uns anfangen, sind jetzt die Neue. Und ihr könnt jetzt als der Neue euch selbst neu erfinden. In diesem Klassenverband werden wir absichtlich die Gruppen der verschiedenen Zubringerschulen wild mischen. Das heißt, ihr habt zwei bis drei bekannte Gesichter, je nachdem, von welcher Schule ihr kommt. Und ihr könnt auch auf eurem Anmeldebogen, auf den ich noch eingehen werde, Wünsche äußern, mit wem ihr zusammen in eine Gruppe wollt. Aber wichtig ist vor allen Dingen, wir bauen euch eine neue Gruppe. Wir bauen jetzt nicht eine Gruppe von Mornewig-Schülern und eine andere Gruppe von Bernhard-Adlung-Schülern, sondern wir mischen, sodass ihr viele neue Menschen kennenlernen werdet. Dieses erste Halbjahr im Klassenverband, bei dem eure Tutorin noch euch alle zusammen unterrichtet und Zeit hat, euch kennenzulernen, hilft, damit ihr schon im ersten Halbjahr neue Ansprechpartnerinnen, neue Menschen, mit denen ihr zusammen lernen und zusammenarbeiten könnt, kennenlernen werdet. Ich hoffe doch sehr, dass wir nach den Sommerferien aus diesem Lockdown raus sind und wir uns dann wieder von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten können. In der E2 kommt jetzt was Spannendes und das ist recht typisch. In der E2 wählt ihr zwei Vorleistungskurse. Das sind Fächer, für die ihr besonders brennt. Und nach der E2 kommt dann die Qualifikationsphase mit zwei weiteren Jahren, die schon Noten produzieren, die am Ende euren Abischnitt verändern. Aber vorgeschaltet ist dieser Moment in der E2, in der ihr euch noch ausprobieren könnt. Ein wesentlicher Teil dieses sich ausprobieren in der E2 ist die Wahl der Vorleistungskurse. Grundsätzlich ist es so, dass ihr zwei Vorleistungskurse wählen müsst und diese Vorleistungskurse ergeben sich aus einem Kurs, den ihr aus der Gruppe Sprachen, Naturwissenschaften, Mathematik wählen müsst und ein zweiter Leistungskurs, der kann irgendwo gewählt werden, also gerne noch einen aus diesem Bereich, aber auch aus dem unteren Bereich. Das hat nichts mit der Brechtschule zu tun, das ist von unserem Gesetzgeber so vorgegeben. Was jetzt für die Brechtschule speziell ist, ist, dass wir schon in der E2 Vorleistungskurse wählen lassen. Denn wir finden es wichtig, dass ihr ausprobiert, welche Fächer euch als möglicher Leistungskurs liegen. Gelegentlich kommt es vor, dass Schülerinnen und Schüler in der Q1 dann andere Leistungskurse wählen als ihre Vorleistungskurse. Aber auch dann hat sich aus Sicht von uns Brechtlern das Vorleistungskurswählen gelohnt, denn hättet ihr es nicht ausprobiert, hättet ihr es vielleicht nie rausbekommen. Andere Schulen haben ja den Nachteil, dass sie euch diese Probephase nicht einräumen können und aus meiner Sicht als Lehrer ist es natürlich das Schönste überhaupt, wenn ihr einen Matheleistungskurs habt, in dem lauter Schülerinnen und Schüler sitzen, die für Mathe brennen. Aber ich verstehe natürlich auch, dass nicht jeder von euch Mathe als Lieblingsfach haben wird. Aber genauso wird meine Deutschkollegin für die von euch da sein, die für Deutsch brennen und die sagen, so eine Textanalyse, das Umgehen mit Sprache, das ist meins. Und so wählt jeder seine Vorleistungskurse nach seinem Interesse, bekommt raus, ob es das ist und später stellt er fest, doch lieber den Matheleistungskurs als den Sportleistungskurs, das kann auch vorkommen. Die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler behalten ihre Vorleistungskurse später auch als Leistungskurse, aber eben nicht alle und daher hat sich das dann für uns und auch für unsere Schülerinnen und Schüler vor allem gelohnt. Ein angenehmer Nebeneffekt dieses Systems ist, dass euer Tutor in der Regel ein Leistungskurslehrer von euch sein wird, sodass ihr euch da mit einem Lehrer verständigt, der ein Fach gibt, das euch besonders interessiert. Und hier könnt ihr euch ernsthaft prüfen. Wenn ihr in dieser Liste Leistungskurse findet, für die ihr sagt, das könnte mich interessieren, hier will ich noch mehr Bildung, hier will ich noch mehr Wissen, ich möchte mit Schülerinnen und Schülern zusammenarbeiten, die genau dieses Fach, Biologie, meinetwegen Chemie, Geschichte, was auch immer, vertiefen wollt, wenn in dieser Liste etwas ist, wo ihr sagt, dafür brenne ich, das könnte mich interessieren, dann seid ihr in der Brechtschule richtig. Es ist kein Problem, wenn ihr sagt, ich kann mich noch nicht entscheiden, mich interessieren viele Fächer. Aber wenn ihr das Gefühl habt, mich interessiert gar kein Fach, dann solltet ihr euch nach Alternativen umschauen. Und das meine ich jetzt auch gar nicht negativ, sondern es gibt viele Alternativen zum Abitur. Und es gibt auch gute Alternativen. Was wir bieten können, ist Schule. Wir können Allgemeinbildung bieten und können versuchen, Lehrer, Lehrerinnen, die für ihr Fach brennen, die ihr Fach das Schönste auf der Welt finden, mit euch Unterricht gestalten zu lassen. In den Vorleistungskursen erwarten euch fünf Wochenstunden Unterricht. Und natürlich ist da auch Platz für das Drucken lustiger T-Shirts und für meine Kaffeetasse. Und selbst jetzt im Lockdown druckt mein momentaner Matheleistungskurs ein Kleidungsstück. Ja, auch all solche Aktivitäten gehören bei uns zur Schule dazu. Aber ihr müsst auf jeden Fall das Interesse für Unterricht, für Bildung mitbringen. Kommen wir nochmal zu den Fächern, die euch erwarten. In der Einführungsphase, in der E1, beginnt ihr mit folgenden Fächern. Die sind unterteilt in drei Aufgabenbereiche. Aufgabenbereich 1, 2 und 3. Und insgesamt werdet ihr 34 Wochenstunden Unterricht haben. Diese sind aber an der Brechtschule unterteilt in 17 Doppelstunden an 90 Minuten. Warum dieser Doppelstundenrhythmus mit 90 Minuten? Wir halten es nicht für sinnvoll, dass man nach 45 Minuten Ethikunterricht in 45 Minuten Biologieunterricht hinüberhechtet, um sich als nächstes 45 Minuten Geschichte anzuhören. Nein, wir möchten, dass ihr euch tiefer in ein Thema hineinarbeiten könnt. Und deswegen haben wir diesen längeren Rhythmus, der für die Oberstufe besonders geeignet ist. Für manche von euch wird es am Anfang etwas hart sein, diese längeren Phasen durchzuhalten und auch 90-minütige Klausuren zu schreiben. Aber ich verspreche euch, wenn ihr Interesse an Bildung habt, gewöhnt ihr euch da dran. Und wir bringen euch das bei. Ziel ist es ja auch, am Ende im Zentralabitur eine vierstündige Abiturprüfung zu bestehen. Und von daher wählen wir diesen 90-Minuten-Rhythmus. Also unser ganzer Tag ist durchzogen von 90 Minuten Unterricht, 15 Minuten Pause, 90 Minuten Unterricht, 15 Minuten Pause. Beginnend um 8 Uhr ist dann die erste Pause, um 9.30 Uhr, um 9.45 Uhr geht es weiter, 90 Minuten Unterricht bis 11.15 Uhr und so weiter. Wie machen wir das mit Doppelstunden, wenn doch manche Fächer dreistündig unterrichtet werden? Nun ja, solche Fächer werden dann in manchen Wochen zweistündig unterrichtet, also eine Doppelstunde, und in anderen Wochen vierstündig, also zwei Doppelstunden. Zu der Fächerliste, die ihr jetzt hier seht, sind zwei Dinge zu sagen. Erstens müsst ihr ein musisches Fach wählen, und da könnt ihr bei uns Darstellendes Spiel, Kunst oder Musik wählen, und wir sind auch in allen drei Fächern gut aufgestellt. Weiterhin müsst ihr natürlich zwischen Ethik und Religion wählen. Was ihr übrigens nicht wählen müsst, aber wählen könnt, sind freiwillige Fächer wie Philosophie oder Informatik. Fühlt euch nicht verpflichtet, das zu wählen, aber ich als Philosophie-Lehrer sage natürlich, Philosophie ist das schönste Fach der Welt, vielleicht gleich hinter Mathe. Bei allem Nachdenken über Fächer bedenkt bitte das, was ich eingangs gesagt habe. Unterricht und Schule ergibt sich immer aus der Interaktion von Menschen, und auch da sind die 90 Minuten deutlich geeigneter. Man kann sich auf eine Gruppe, auf eine Partnerin in einer Partnerarbeit oder auf einen Text einlassen und besser miteinander tiefer in die Materie eindringen. Wenn euch das interessiert, herzlich willkommen an der Brecht-Schule. Ein paar kurze Worte zur Zulassung in die Q1. Wenn ihr die Einführungsphase abgeschlossen habt, beginnt mit der Qualifikationsphase der Teil der Oberstufe, in dem eure Noten für das Abitur gelten. Hier müsst ihr im Übergang eure letzte Versetzung in eurer Schulzeit in jedem Fach ausreichende Noten zusammenbekommen. Und es gibt da auch einzelne Ausgleichsmöglichkeiten, aber das soll uns erstmal noch nicht interessieren. Wichtig für mich als Brecht-Lehrer ist, ihr bringt ein Interesse mit, ein Interesse an abstrakten Denken, eine Motivation zu lernen. Wir in der Brecht-Schule können euch Förderkurse in den für uns zentralen Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch anbieten. Wenn ihr also mit Mängeln in den Grundvoraussetzungen kommt, können wir Teile davon mit euch aufarbeiten. Aber ihr müsst arbeiten wollen. Ihr müsst Interesse daran haben, das zu tun. Wenn jemand nicht Bruch rechnen kann zu Beginn der E1, wir kriegen das zusammen hin. Ich hatte schon viele Schülerinnen und Schüler, die nicht Bruch rechnen konnten. Aber ihr müsst es lernen wollen. Sonst wird es schwierig. Gleichzeitig gilt aber auch, dass wir den Schülern, die schon sehr viel mitbringen in einem Fach, die schon hohe Qualifikationen haben, denen möchten wir etwas anbieten, um sich nicht zu langweilen. Also ich habe in meinem Matheleistungskurs den Anspruch, dass auch die, die 15 Punkte schreiben und regelmäßig 15 Punkte schreiben, sich nicht langweilen. Und dann mache ich halt Dinge, die weit über den Abiturstoff hinausgehen. Selbstverständlich mache ich das. Und die Kolleginnen und Kollegen in Kunst, Biologie, Deutsch machen das auch so. Also unser Ziel ist es, dass wir gleichzeitig die Top-Leute in Fächern fördern. Und dass dann Schülerinnen, die einen Einsatzschnitt im Abitur so oder so erreichen, auch noch Dinge mitnehmen, die in ihre Interessenwelt weit hinein reiten und ihnen neue Perspektiven eröffnen. Es wird Zeit, ein paar Worte zur Bewerbung zu sagen. Die erste Hürde ist, ihr findet unseren Schülerpersonalbogen auf unserer Homepage und schreibt uns ein kleines Begründungsschreiben, warum ihr an der Brecht anfangen wollt. Ehrlich gesagt, das ist völlig freiwillig. Wenn eure Noten stimmen und ihr von einer Zubringerschule kommt, werden wir euch sowieso aufnehmen. Aber es ist schön, wenn ihr bereit seid, euch vorzustellen und wir als Tutorinnen, Tutoren, als Schulleitung einen ersten Eindruck von euch bekommen. Seht es als Übung für spätere Bewerbungsschreiben. Dann hätten wir natürlich gern die Zeugnisse der letzten beiden Halbjahre und euer Abgangszeugnis muss die Zulassungsbedingungen erfüllen. Das ist wichtig, auch wenn ihr von uns schon eine Annahme habt, dann müsst ihr trotzdem noch in eurem Abgangszeugnis die Bedingungen erfüllen. Für alle Schülerinnen und Schüler von den Verbundsschulen gilt, wenn ihr uns als Erstwahl haben wollt, dann garantieren wir euch einen Platz. Nehmt ihr uns nur als Zweitwahl, dann können wir das nicht garantieren. Stellt euch vor, wir haben noch viele weitere Schülerinnen und Schüler, die sehnsüchtig auf ihren Platz an der Brecht warten und denen müssen wir auch zeitnah in Informationen zukommen lassen. Alles andere wäre unfair. Ich will euch auch gar nicht zu lange mit der Bewerbung aufhalten. Ihr habt ja die Sachen in unserer Homepage und könnt sie da nochmal nachlesen. Wichtig finde ich allerdings, dass ihr bedenkt, dass eure Schule als Zubringerschule bis zum 15. Februar vermutlich eure Bewerbung vorliegen haben will. Alles weitere findet ihr hier in dem Anmeldebogen. Und wenn ihr von einer Schule kommt, die nicht zentral ihre Bewerbung sammelt, dann gilt für euch dieser Anmeldeschluss, der 5.3.2021. Der Anmeldebogen erinnert mich noch an zwei weitere Dinge, die ich gerne hier ansprechen wollte. Das eine ist das Thema Fremdsprachen, das ihr natürlich auch bei eurer Anmeldung angeben müsst. Fremdsprachen, die ihr an der Berthold-Brecht-Schule belegen könnt, sind Englisch, Spanisch, Französisch und Latein. Wichtig ist dabei, dass ihr in der E1 und E2 zwei Fremdsprachen verpflichtend belegen müsst. Das gilt für jede gymnasiale Oberstufe und ist nicht typisch für die Berthold-Brecht-Schule. Typisch für uns sind nur die Art der Fremdsprachen, die wir anbieten. Wichtig ist auch, dass mindestens eine fortgeführte Fremdsprache bis zum Abitur durchgehalten werden muss. In der Regel ist das Englisch, aber bei manchen, die dann einen Französisch- oder einen Spanisch-Leistungskurs zum Beispiel wählen, kann das auch eine andere Fremdsprache sein. Hier ist noch ein Top-Tipp. Wenn ihr im Moment mit eurer zweiten Fremdsprache nicht so gut klarkommt und euer Lehrer euch rät, ja, du hast jetzt schon Spanisch gemacht, aber wähl das lieber ab und fang eine Fremdsprache neu an, dann ist mein Tipp, macht das nicht und bleibt bei eurer Fremdsprache. Warum? Das steht hier. Wenn ihr eine Fremdsprache in der E1 neu beginnt, dann habt ihr die zusätzliche Verpflichtung, diese Fremdsprache auch bis zum Abitur, bis zur Q4 durchhalten zu müssen. Das ist möglich. Viele Schülerinnen und Schüler von uns schaffen das auch, aber es ist eine zusätzliche Belastung. Und wenn Fremdsprachen euch nicht so besonders liegen, dann ist es natürlich eine Option, eine Fremdsprache nach der Einführungsphase abzugeben. Dazu müsst ihr aber eure fortgeführte Fremdsprache, die ihr schon habt, behalten und weitermachen. Bei den Fremdsprachen zeigt sich aus meiner Sicht auch ein Vorteil der Größe der Berthold-Brecht-Schule. Mit 650 Schülerinnen und Schülern sind wir eine mittelgroße Schule, aber mit 250 Schülern in der Oberstufe sind wir dann doch eine recht breite Mischung und können durch die vielen Kurse, die wir haben, auch viele Kombinationen anbieten. Also die Chance, dass wir einen Spanisch- oder einen Französisch-Leistungskurs anbieten können, ist relativ hoch. Und die Leistungskurse, die wir anbieten können, können wir in der Regel auch in vielen Kombinationen anbieten. Also Biologie und Sport ist kein Problem. Niemand wird euch sagen, weil ihr jetzt Physikleistungskurs habt, geht der Kunstleistungskurs nicht. Was möglich ist, ist eine Einschränkung wie, ihr könnt nicht den Kunstleistungskurs bei diesem Lehrer wählen, sondern ihr müsst einen anderen Kunstlehrer wählen. Aber in der Regel klappen viele von den Kombinationen, die jetzt hier so abgebildet sind. Diese Flexibilität ermöglicht euch als Schülerinnen und Schüler auch, Lehrer zu wählen in gewissem Maße. Corona hat uns da deutlich reingepuscht, aber ich glaube, viele Schulen mussten da ein bisschen umstellen. Aber in einem normalen Jahr, und ich hoffe, es kommen bald wieder normale Jahre, könnt ihr auch in gewissem Maße wählen, welchen Lehrer ihr haben wollt. Und ich bin jetzt Mathematik- und Philosophie-Ethiklehrer. Natürlich wird mein Mathematikunterricht dann geisteswissenschaftlich ausgerichtet sein, während vielleicht ein Mathematik- und Physiklehrer eher naturwissenschaftlich denkt. Und dann werden entsprechende Schüler, auch eher mich oder eher einen Kollegen, eine Kollegin, als Lehrerin für ihren Kurs oder ihren Leistungskurs wählen. Ich springe nochmal zurück zum Anmeldebogen. Das Zweite, an was mich dieser Bogen erinnert, ist die Anmeldung zum Thema Kennenlernfahrt in der E1. Tatsächlich haben wir bisher immer in jeder E1, die ich unterrichtet habe, eine Kennenlernfahrt angeboten. Das ist zentraler Bestandteil der Brechtschule, denn es ermöglicht mir als Tutor oder einer Tutorin, euch als Schülerinnen und Schüler näher kennenzulernen. Wenn man erstmal eine Woche zusammen weggefahren ist, weiß ich, wie man sich einschätzen muss, ihr habt eine Idee, wie ihr mich nehmen müsst, und man arbeitet besser von Mensch zu Mensch zusammen. Ich möchte eigentlich nicht garantieren, dass irgendetwas im nächsten Halbjahr so ist oder so ist, und ich weiß nicht, welche staatlichen Möglichkeiten uns eingeräumt werden als Schule. In gewissem Sinne macht es mich traurig, wenn ich jetzt von diesen besonderen Angeboten reden soll, die gerade alle nicht stattfinden. Aber ich möchte euch mal ein Beispiel nennen, wie wichtig uns diese Angebote sind und wie sehr wir um diese Möglichkeiten kämpfen. Ich hatte in den vergangenen Jahren fast immer eine Brettspiel-AG angeboten und jetzt, wo ich online was nicht darf, habe ich dann versucht, einen Ersatz dafür zu finden und habe angefangen, mit Schülern Schach zu spielen und diese Partien dann später in Videos zu besprechen, sodass dann Schülergruppen sich die anschauen können. Also der Versuch ist da und wir werden 2020 alles, was geht, nutzen. Die Brechtschule ist so viel mehr als Unterricht. Ich lade euch auch ein, unsere Programme auf der Homepage anzuschauen. Da findet sich unter Schulkultur Dinge, die wir schon gemacht haben, die wir umgesetzt haben. Und wie ich schon eingangs sagte, eine Schulkultur besteht immer aus Menschen, die sie ausfüllen. Unsere Schülerschaft wechselt sich alle drei Jahre komplett aus, weil wir ein reines Oberstufengymnasium sind. Aber das heißt auch, dass du, wenn du zu uns kommen willst, viele Ideen mitbringen kannst und wir Lehrer werden dann mit euch zusammen diese umsetzen oder euch bei der Umsetzung helfen. Tatsächlich ist es so, dass viele von unseren Projekten auch von der SV ausgehen. Wir haben eine sehr aktive Schülervertretung, die dann so etwas wie einen Sporttag oder so organisiert hat, wo wir Lehrer dann nur bei der Umsetzung kleine Gehilfen waren. Also bringt eure Ideen mit, wenn ihr an die Brecht kommt. Hier gibt es Gestaltungsraum, den wir gerne mit euch füllen wollen. Ich denke, es ist Zeit, das Video zu beenden, damit es nicht zu lang wird. Weitere Kontaktadressen findet ihr auf unserer Homepage. Und bevor ich mich jetzt trübselig in dem verliere, was alles im letzten Jahr nicht ging, schaue ich lieber in die Zukunft, freue mich auf die neuen Schülerinnen und Schüler und die Möglichkeiten, die ihr mitbringen wollt. Wenn ihr mehr Bildung wollt, wenn ihr weiterarbeiten wollt und noch mehr lernen wollt, dann seid ihr an der Brecht-Schule richtig. Unabhängig davon, ob ihr schon unglaubliche Fähigkeiten mitbringt, die wir weiterentwickeln wollen oder ob ihr einzelne Baustellen habt, an denen wir noch zusammen etwas aufholen müssen. Wichtig ist, ihr bringt Motivation, Interesse, Neugierde mit. Und dann herzlich willkommen an der Brecht-Schule. Mein Name ist Klaus Petry. Für Fragen erreichen Sie mich unter pk-at-brecht-schule.info und ich wünsche einen schönen guten Morgen oder guten Abend oder wann immer Sie dieses Video schauen. Bis bald!